hallo freunde wir sind in stuttgart in der fußgängerzone und wir haben die beiden hier und wir machen mal ein bisschen hypnose schlaf tief 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 immer tiefer mit jedem ausatmen immer tiefer in die hypnose ich lass deine hand fallen du singst noch tiefer in die entspannung ich lass die hand fallen du singst noch tiefer in die entspannung du bist einer ganz tiefen hypnose in der in deiner realität alles was ich sage völlig normal ist in deiner realität ist alles normal und dieses wackeln ist gerade normal weil du bist total betrunken und noch betrunkener du bist so betrunken dass du nur nicht kotzen muss aber du bist so betrunken dass du unglaublich gerne singst 1 2 3 lauf mal lauf mal versuch mal zu laufen versuch mal geradeaus zu laufen wir nehmen mal dieses betrunkene gefühl einfach mal kurz weg jetzt ist betrunkene gefühl weg hallo wie geht's dir mir geht's gut gut mir geht's auch gut das betrunkene gefühl ist wieder wie fühlst du dich jetzt ganz normal ok guck mal ich gebe sie einfach wieder zurück hallo ich nehme sie wieder weg jetzt ist wieder normal ich gebe sie wieder das betrunkene gefühl weg und dann gebe ich etwas motivation wird aber das mache ich jetzt hinter der kamera ich wünsche euch jetzt alles alles gute freude macht's gut sehr schön dir geht es unglaublich gut du fühlst dich unglaublich wohl und all deine sorgen und dein kummer wirfst du einfach weg du fühlst dich so gut wie noch nie in deinem leben das beste gefühl deines lebens du bist so glücklich bei drei öffnest deine augen du bist so glücklich und du musst die ganze zeit lachen 1 2 3 jetzt hallo wie geht's dir super wann hast du dich das letzte mal so gut gefühlt ich erinnere mich nicht du erinnerst dich nicht ja das ist normal aber die hypnose die macht's möglich ha euer mr jacin ciao